Ja, wenn der Harn da kräht, da heißt es wieder, es ist Zeit für die Insel Wirtschweibers Insel der Antike. Und da sitzt auch, äh, sitzt vor allen Dingen, setzt auch schon die Musik ein. Wir haben Wettbewerb begonnen. Waaah. Oh, haben wir hier einen bösen Gubel-Gubel rumlaufen? Wir haben einen bösen Gubel-Gubel bestimmt hier irgendwo rumlaufen. Ja, da haben wir einen. Ja, nein. Ich will den, ich will den ja sch- Hallo? Nein! Es brennt schon, es brennt schon. Alter! Löscht doch! Juhu, löscht! Alter, es wird immer lauter, glaub ich. Ich glaub, es wird immer lauter. Bin mir da aber noch nicht so sicher. So. La, 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 la. So. Ein bisschen, okay, okay. Das Geballer geht noch ein bisschen auf den, auf den Zwirn, aber okay. Leben auch mal eine Runde mit. So. Ja, jetzt geht's erstmal ab nach Hause hier. Hier zurückrufen. Wir haben da gestern ein bisschen, äh, vorgemacht. Wir wissen nicht, was mit dem zu tun tun. Wir wissen nicht, was mit dem zu tun tun. Du musst es später versuchen. Die hat's bestimmt um-um-taufen lassen, nachdem ich's da beschimpft hab, dass sie schlimmer ist als meine Frau. Hm. Ganz sicher. Aber die ist immer noch, ob sie den Namen geändert hat oder nicht, die ist immer noch schlimmer. La, 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 la. So. So, wir haben hier die, äh, wie heißen sie? Äh, genau, Korallenmehrfamilienhäuser. Die haben wir einmal geupgradet. Die haben wir jetzt schon auf Level 4, der müssen noch auf Level 3 gebracht werden. La, 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 la. Hier haben wir eine Polizeirevier. Yeah, Polizeirevier. So. Ist jetzt die Frage, ähm, wird uns das jetzt noch als Quest angezeigt? Mauer, zwei Kollen. Verbessere sie auf Level 4. Okay, sind wir dabei. Fange drei Murlochs. Äh, hier drei Murlochs. Okay. Schicke 60 Sternenleben an den Marmorfjord. Ich frage mich, wofür wir den Sternenleben verbinden können. Warum fragen wir nicht den Remite? Äh, Sternenleben nach dem Marmorfjord. Das machen wir jetzt, weil ich gleich hab ich's wieder vergessen. Hm. So. Wollert jetzt 60, ne? Wollert jetzt 60. Ich hab's wieder vergessen. Schien war 70. Hm. So, haben wir zu. Danke. Nun bin ich hier sicher, dass wir das Rätsel des Sternenlebens lüften können. Wunderbar. Haben wir das, äh, die Quest auch schon, äh, ne? Schicke 1600 Einheiten Sternen nebenan den Marmorfjord. Seid ihr denn des Wahnsinns? Schicke 1600 Einheiten Sternen nebenan die mystische Küste. Haben wir die denn? Haben wir die denn schon? Äh. Okay. Er rennt hier rum? Er rennt hier rum? Dü, 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 dü. Dü, dü. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Werdig sein, in. Okay, das ist vielleicht nicht ganz so hochprodukt. Ja, die kommen durch die Büsche nicht. Ich hab's verstanden. So. Jetzt haben wir kein Essen mehr. Äh, das gibt's doch nicht. Müssen wir mit dem Mikro ein bisschen weiter runterholen. So. Können wir besser sprechen. Ah, wir haben noch ein bisschen Essen. So, dann können wir das auch direkt auf Level 4 bringen. Ne, Level 3. Entschuldigung. Es ist so ein wunderbarer Morgen, ist es nicht? Was müssen wir da machen? Finden. Aha, das. Und dann? Das ist dann irgendwie die... Murlocs. Die brennt. Macht doch mal einer was. Da brennt er da und kein Interessiertes. Das gibt's doch nicht. So. Gibt's doch nicht. Interessiertes Geilen hier. Voll am Brennen alles, aber... Ne, warum niemand machen? Nichts. Ich habe dü-dü-dü-dü gehört. Muss ich denn irgendwie hier, äh... Da ist ein Loch, das machen wir aber wieder zu. Das ist der Clou, das mache ich zu. Eieieiei, ist ja schon wieder die ganze Kohle gleich wieder weg. Und sie hat auf den Kopf gehauen. Huh. So, da kannst du zumachen. So. So, jetzt haben wir nix mehr. Kann ich da auch alle wieder an die Maluche schicken. Da, da... Na, da wollte ich gar nicht hin. Na, da... Da will ich hin, Mann! Das ist so weit nicht mit mir hier. Mhm. Das ist Ritual! Biber-Set, Mammu-Set. Ja, hätten wir vielleicht auch machen können. Haus betreten. Nein. Die kann ich noch nicht freischalten. Okay. Hey! Gewindeschraube! Da, la, 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 la. Jambor, es ist willkommen bei uns. Jetzt haben wir für den wahrscheinlich nichts mehr. Ja, war mir doch klar. La, 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 la. Dü, 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 dü. Fünfhundertfünfzehn. Alter, was? Gibt's doch gar nicht. Das kann man doch gar nicht haben. Dü, 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 dü. Ja, hat er schon eingesammelt. Das find ich schön. Zum Marmorfjord. Lan, la, 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 la. So. Ja, 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 ja. So, da haben wir da noch Fressalien. Achso, wir sind schon wieder voll mit Fressalien. Das ist doch schön. Denke ich. Das ist mein Lieblingshobby. Geld einsammeln. Meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, und heiße Angebote vor allen Dingen. Ich wollt nichts kaufen. Ich wollt gucken. Bau eine Polizeiwache. Ja, 2000. Was? Achso, den Quatsch ist sogar ein... Hä? Bauern an der Polizeiwache. Kann ich nicht. Erfordert Verbesserung des Hauptpauses auf Level 11. Äh, 9. Komm ich nicht auf 11? So, machen wir das mal. Das ist schon. Das ist auch schon. Fehlt nur noch das eine. Dann ja, mhm. So, dann haben wir auch wieder nichts zu futtern mehr. Hm, das ist doch schön. Wir wissen nicht, was mit dem zu tun ist. Genau, so schaut's aus morgen heute. Ach, da heißt er nicht mehr. Aurora heißt er ja. Ma. Ja, mein Essen ist leer. Das ist wie in Ruhe. Hier, so. Hast du das? Lala. Garten ist von der Küste. Da, 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 da. Wir müssen ja ein bisschen Quests hier, äh, erledigen, damit wir auch mal ein bisschen weiterkommen, sag ich mal. Ja, kann ich noch nicht freischalten. Okay. 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 Rumsbumse aus dem Haus. Okay. Okay. So, so, so. Mhm. So, 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 so. Und auch so. Wie die, wo? Wie die, la, la, la. Oder so ähnlich. So, was haben wir denn hier? Was können wir denn hier noch? Erledigen? Bau ein Hotel bauen. Hotel. Erfordert vollenden der Quest. Du musst die Quest abschließen. Finde Sachen. Welche Sachen? Welche Sachen soll ich denn finden? Bau mal einen Briefkasten. Der muss hier da. Da muss ich einfach Sachen bauen. Baue zehn Fackeln. Baue drei Kürbisse. Baue zehn Lagerfeuer. Was? Es ist so eine wunderbare Morgen, ist es? Eislaufbahn. Einlaufbahn vor allen Dingen. Eine Einlaufbahn. Finde drei Perlen im Schamanenladen. Finde fünf Seestern im Badehaus. Ich habe gar kein Badehaus. Hier fällt mir gerade auf. Ich habe gar kein Badehaus. Da mach ich doch. So, Mama. Da liegt noch zwei Badehäuser hier. Dann können sie sich immer waschen. Die alten Stinker. Die alten Stinker hier. Waschen die sich nicht hier oder was? Das ist so eine wunderbare Morgen, nicht wahr? Sofortgeschäft ist das hier. Das hier ist ein sehr guter Morgen. Grüß dich! Ihr Häuptling! Eine der Luftschiffe-Navigatoren berichtet von einem neuen Land. Er entdeckte mehr Inseln. Dort befindet sich ein Dorf. Wir müssen eine Expedition entsenden. Jetzt muss ich irgendwas wieder sammeln. Ich kenne mein Glück doch. Jetzt müssen wir doch wieder eine bestimmte Expedition machen. Großartig, Schatz! Finde drei Sandsäcke in der Sandgrube. Äh, Säcksäcke. Finde einen Anker in der Höhle. Höhle! Ja, ist ja gut. Finde vier Kisten in der Sandmühle. Äh, Sandmühle? In der Sägemühle, natürlich. Okay. Zack. Der ist ja schon am merken. Ah, ich habe keine Mitarbeiter mehr. Mir sind die Mitarbeiter ausgegangen. Faules Pack. Das heißt... Ach man, jetzt kann ich keine Ressorten. Doch, fand ich wohl. Wir bitten einen Nachbarn um Hilfe. So, eine Anfrage ist raus. Ja. Und wieder Vollbild. Und dann können wir hier schön, ne, weißt du? Wär ein bisschen doof. Keinen Steuerprüfer hier zu haben. Nein, äh, äh, hier, ne? Geldeintreiber. Leißen sie denn. Ich will sie nicht. Und ja, es ist ein Tag her mit der Telekom. Äh, ich habe immer noch keine Nachricht von denen bekommen. Leider. So, Fisch gibts. Okay, können wir nichts mehr machen. Okay. Da, 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 da. So. Heißt, erstmal müssen wir mal hier ein bisschen produzieren. Produzieren. So, was gibts denn, äh, wieviel? Hm, Marmorplatten. 200 braucht... Ne, 120 braucht der immer. Okay. Berg vor Land. So, guck mal hier. Die sind alle ganz glücklich. Die eingebauten sind weniger glücklicher. Und, äh, das haben sie alles. Äh, Party zu verdanken. Unser Häuptling ist der Beste. Ja, will ich aber auch meinen, hättest du mal was anderes behaupten sollen. Hättest du direkt ne Schelle gegeben. Direkt ne Schelle. So, unser Mammut. Ja, putzen. Unser Mammut ist das Beste. Kann man ja mal einfach so sagen. Schäme ich mich nicht für. Unser Mammut ist nun mal einfach das Beste. Und bleibt es auch. Lalalalalalalala. Lalalalalalalala. Lalalalalala. So, ich kann wieder Häuser bauen. Lalalalalalalala. Ja. Ja. 600 Einnahme. Ja, komm. Bauen wir es mal, oder? Wir bauen es mal hier hin, komm. Drauf geschisseln, was soll der Ärger denn? Lalalalalala, lalalalalala, lalalalalala. So. Erstmal arbeiten hier. So. Und dann soll er auch die Einnahmen hier direkt einsammeln. Und der kann hier eine Minute, äh, 15 Minuten auf dem Dino rein. Achso, der hätte auch vielleicht jetzt... Naja, egal. Wäre auch gegangen, aber... Shit happens. Lalalala. Hihihi, ja. So, können wir jetzt denn das Ländchen hier kaufen? Nimm mal noch nicht, das gibt's ja nicht. Alter, da wäre ich aggressiv. Lalalalalala, wie viel fehlt uns denn noch? Hey, ganz... Nee, 18 haben wir? Oder brauchen wir? Nee, äh, Mann. 35 brauchen wir, also 18 fehlen uns noch. Das gibt's doch nicht. Alter, nein, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Ja, 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 ist gut. Das wollte ich doch noch gar nicht. Mann. Symbol der Weisheit. Würde ich ja sowas verkaufen, genau wie die Inschriften, aber womöglich brauchen wir die mal wieder. Ja, ich bist doch nicht so. Ich bin ja sowas. Und das ist echt, was ist das. Ich bin ja sowas. Ich bin ja sowas. Das ist ja sowas. Dann Schnieke, Marmorplatten, ähm, ne, keine Marmorplatten, wir könnten vielleicht ein bisschen Holz gebrauchen hier, aber vielleicht nicht so viel, so, und, na, Lalalala, ist ja schon mal was, ein bisschen Futter, ist ja immer mal ein bisschen was, da könnte man vielleicht noch mal ein bisschen Stein hier in diese Gegend katapultieren, so, aber welche Insel würden das sein, die Alienküste vielleicht, wird's vielleicht die Alienküste, oder das, kann man sich das denn noch mal angucken, hier, ist denn die Alienküste, ist das denn, rözelhafte und mysteriöse Alienküste, findet etwas ausführlicher auf den Morlod-Inseln, um dorthin zu gelangen, Morlod-Insel, ist das, die Reise zum Atoll der Adel, achso, ne, ist das die Mühle, der Pfad des Morlod-Insel steht uns noch nicht offen, Gerüchte zu verfolgen, kann die Wilde, wo sich das Portal auf den Atoll-Insel, achso, Du musst es später versuchen. Ich verunterstütze Wechsel, die Oasen sicher und das Ufo erkunden, aha. Da, 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 kapte der Fische Insel gesperrt, baue den Koloss fertig und schalte die Insel jetzt frei oder erreiche Level 76. Fertig bauen mit 500, ähm, Cerealien. Hätte ich beinahe gesagt. Aber das stimmt natürlich nicht. So, wir gehen mal ein bisschen plündern hier, beziehungsweise sammeln, wir gehen unseren Nachbarn helfen. Man könnte natürlich auch sagen, wir plündern unsere Nachbarn, aber... Ja, ja, sauber. Das machen wir natürlich nicht, wir plündern natürlich nicht unsere Nachbarn. Wir wissen nicht, was wir mit dem zu tun haben. Ja, ich hab da nur geguckt, man. Alter, die meckert ja echt schlimmer als die eigene Frau. Krieg ne Watsche von hinten. So, mhm, mhm. Mh, ja, ich weiß, Ästen könnten wir eigentlich gebrauchen, aber... Und zum Sternenleben, äh, Sternenleben, die ganze... Anderen Kappes, der ist wichtiger. Finde ich jetzt gerade, kann natürlich auch voll die Fehl, äh... Entscheidung jetzt gleich sein. So, einen können wir noch besuchen. Und dann nehmen wir natürlich diejenige mit dem, äh, Fressalien. Fressalien! So, zack, 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 zack. Wir wissen nicht, was wir mit dem zu tun haben. Ritterkämpfe. Ritterkämpfe, aha, aha. Schweinezucht, mhm. Ich wollte ja nur mal gucken. La, la, la. Hui! Vollbildmodus. Oh, unser... Mammut hat Hunger. So. Gib ein Tierpunkt. Lala... Ähm... Wo waren das jetzt? Insel der Antike, ne? Mhm. Insel der Antike... Finde ich ja ganz schnieke. Du musst erst die Quest abschließen. Okay, Bohrer haben wir genug. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch genug finden. Und guck mal. Herr, die sind zurück mit uns. Herr, du bist wieder von mir! Nur drei haben wir schon gefangen? Drei gefangen? Haben wir hier schon echt drei gefangen? Haben wir hier schon echt drei gefangen? Der Herr Herr? Fangen drei Morlocks, zufrieden. Die fangen drei Morlocks, ist uns hier... was? Resozialisiere drei Morlocks. Was? Waren die dann Helfer, oder was? Dann werden die dann Helfer, oder was? Polizeirevier, mhm. Scheuer. Da bin ich noch mal gespannt. Werden dann Arbeiter? 56 Arbeiter haben wir. Das wäre jetzt mal eine spannende Frage. Wir könnten noch mal ein paar Geschenke hier verschenken. Geschenke verschenken. Das ist ein Mordspiel. Hahaha. Ach, wir können jetzt noch Anfragen schicken. Gratische Geschenke verbrauchen nicht deine Ressourcen. Das ist schön. Aber ich finde, Nahrung braucht jeder. Nahrung braucht jeder. Hallo? Normalerweise kommt immer so eine Bestätigung noch. Ah, da ist sie noch. Ich klicke einfach mal doppelt. Hat sogar geklappt. Können drauf dran liegen, dass ich bei der Fale gerade Windows Created Update am Installieren bin. Oder am runterladen? Ich weiß es gar nicht. Ob es jetzt runterlädt oder direkt schon installiert. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Im Gegensatz zu mir. Ich habe es nämlich noch nicht. Frechheit. Naja, vielleicht auch besser. So, haben wir alle Geschenke verballert. Das ist schön. Hier brennt aber jetzt nichts, oder? Die hämmern da noch wahllos drauf rum für mindestens fünf Stunden. Auch schön. Apropos, ähm... Häppling, im Moment sind keine Turniere verfügbar. Kommt bitte später wieder. Wenn ich einen Bock hab, dann weißt du noch gar nicht. So, hier bauen wir auf jeden Fall, äh, hier haben wir Polizeirevier, äh, hier haben wir Polizeirevier. 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 Mann. Und auf der anderen haben wir angefangen, äh, nee, da sind wir noch. Wir haben das wirklich hart gearbeitet. Und hier bauen wir gerade aus, damit wir ein Polizeirevier, äh, ähm, basteln können, arbeiten können, aufbauen können, irgendwas. Irgendwann war die Meinde. Wir lassen es mal stehen hier. Ich muss auf jeden Fall Engerts irgendwie bauen, oder? Wir können das mal... Ja! Ich wollte das ja auch gar nicht. Ja, es wird ein bisschen alles eng hier. Ich glaube, es wird ein bisschen sehr problematisch, hier noch was runterzukriegen. Ich muss hier erst, glaube ich, einiges da frei räumen. Zack! Haben wir da schon mal, dann haben wir hier wieder ein bisschen, ein bisschen freier. Dann müssen wir hier noch was frei räumen. Oh, wir müssen so viel noch frei räumen. Das sollte vielleicht mal die nächste, äh, Aufgabe werden, hier so ein bisschen, äh, freier zu räumen, aufzuräumen, zu sortieren, neu anzusortieren. Ich glaube, ich... Müssen wir uns mal aufschreiben. Das war eine Insel nach der anderen jetzt noch mal ein bisschen neu umdekogieren, würde ich sagen. Naja, das sehen wir dann. Gut, Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. The Drivers. Ja, mein Name ist Johnny Doe und ich grüße euch von der Insel für die Insel und, äh, ja, ihr wisst schon. Wir sehen uns auf der Insel. Ciao! Ciao!